Herr Dr. Armon Jensen, eine Weltneuheit. Schön, dass ich das mit Ihnen bearbeiten darf. Ganzheitlich schräg schlafen. Ich gelte oft als schräger Typ, aber schräg schlafen, interessantes Thema, das jetzt hier kommt. Kann viele Schlaf- und Gesundheitsprobleme lösen? So steht es zumindest hier. Sie befassen sich seit über 25 Jahren mit dem ganzheitlichen Semina Schlafkonzept. Da kommen wir in Kürze dann ein bisschen genauer hin. Haben das Ganze entwickelt, weltweit erfolgreich umgesetzt. Und jetzt gibt es eine weitere Innovation. Professor Karl Hecht, eine Ikone, kann man sagen, in der Schlafpsychologie, hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Was hat er entdeckt? Ja, einiges. Also der Professor Karl Hecht ist der Schlafmediziner, eigentlich der ältest Gediente in Deutschland. Wir haben ja von ihm vor einiger Zeit ein Schlafprofil gezeigt, wo eigentlich auch sensationell ist, dass man mit 91 Jahren einen biologisch so hochwertigen Schlaf produzieren kann. Und er hat nichts dem Zufall überlassen. Und wir sind in der Zwischenzeit natürlich enge Partner. Er ist mein Partner oder einer meiner Partner in der Schlafmedizin. Und jetzt geht es um das Schrägschlafen. Und die Idee, darüber nachzudenken, wie in unserer Schlafkultur die Menschen schlafen, das ist ja nicht neu. Und wir wissen alle, normalerweise schlafen wir waagerecht. Und seit ungefähr 15 Jahren beschäftigen sich als Wissenschaftler mit der Frage, ist dieses waagerecht Schlafen wirklich das A und O eines gesunden Schlafes oder gibt es da auch mögliche Fragezeichen? Und das hat mich dann auf die Spur geführt. Logischerweise habe ich mich dafür interessiert. Und ich habe auch ein Faximile von Hüveland. Hüveland war ja vor 200 Jahren ein ganz berühmter Naturarzt. Und in seinem Buch, das jetzt über 200 Jahre alt ist, schreibt er, er warnt die Menschen davor, waagerecht zu schlafen. Und das hat mich jetzt natürlich noch neugieriger gemacht. Und so habe ich dann vor vier Jahren einen Prozess gestartet, eben dieses ganzheitliche Schrägschlafen. Bin dann auf Wissenschaftler gestoßen, auf US-Wissenschaftler. Da ist unter anderem ein gewisser Dr. Singer und Dr. Grießmeier. Die haben auch ein Buch zu diesem Thema herausgebracht. Und das hat mich eigentlich inspiriert, mich mit dem Schrägschlafen ganz intensiv auseinanderzusetzen. Eben, intensiv auseinanderzusetzen. Das heißt, alles mal anzusehen oder nachzuschauen. Sie haben sich sogar mit der Schlaf- bzw. Schlafhaltung von Tieren quasi mal beschäftigt und nachgeschaut. Genau, das war also auch eine sehr interessante Recherche und war hochspannend. Erstaunlicherweise, wenn man also die nächsten Verwandten von uns anschaut, jetzt zumindest scanntechnisch Verwandten, die Primaten. Und da gehören auch die Paviane dazu. Die schlafen ja in ihren Baumessen und in ihren quasi Baumnestern. Und die haben die unterschiedlichsten Schlafstellungen. Und etwas, was sie aber in jedem Fall vermeiden ist, waagerecht zu schlafen. Und so habe ich dann viele Dinge gefunden. Es gibt also Hinweise, dass beispielsweise eben Schafe und Rinder, wenn sie die Möglichkeit haben, die Schlafhaltung sozusagen auszusuchen. Dass die auch immer versuchen, mit dem Kopf bergaufwärts zu schlafen. Und von den Vögeln, Pinguine und so weiter, wissen wir ja, dass die bekanntlich sogar im Stehen schlafen. Und das sind natürlich alles gute Beispiele für die psychologische Interaktion des Körpers und des Gehirns in Richtung Schwerkraft. Weil in dem Moment, wie wir vom Schrägschlafen reden, geht es natürlich auch um die Schwerkraft, um die Gravitation. Eine sehr geheimnisvolle Kraft auf unserem Planeten. Schräg schlafen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man sich das vorstellen? Das ursprüngliche Schrägschlafkonzept von den Wissenschaftlern Singer und Grießmayer hat eigentlich nur die Hochlagerung des Kopfes und des Oberkörpers betroffen. Die haben also eine Hochlagerung vorgeschlagen zwischen 10 und 30 Grad und haben da diverse Untersuchungen gemacht von Menschen, die Gesundheitsprobleme gehabt haben, ohne erkennbaren oder ohne medizinischen Befund. Aber es sollen interessante Ergebnisse geliefert haben. Genau. Oder zum Beispiel Migräne. Patienten, die schon 20, 30 Jahre Migräne gehabt haben, die haben durch diese Hochlagerung innert weniger Nächte ihre Migräneanfälle verloren. Und das hat natürlich wiederum diese Wissenschaftler auch interessiert, was steckt dahinter. Und man ist dann in die Tiefe gegangen und hat dann natürlich viele Vorschläge und Untersuchungen in diese Richtung unternommen. Jetzt sind wir beim Schräg liegen oder Schräg schlafen. Wo ist eigentlich das, oder wenn es das gibt, das eigentliche Problem beim Flachliegen? Ja genau. Also das ist hochinteressant. Und zwar diese Wissenschaftler gehen davon aus, dass wenn wir flach liegen, wir sozusagen in einem Null-Schwerkraft-Feld liegen. Das heißt also, wir heben eigentlich die Schwerkraft auf. Und wir wissen alle, wir Menschen, wenn wir stehen, müssen wir eigentlich laufen gegen die Schwerkraft ankämpfen. Und natürlich auch unsere Körperflüssigkeiten und vor allem unser Blut. Das heißt also, wenn der Kopf höher ist als das Herz, dann muss das Herz entsprechend pumpen, dass das Blut ins Gehirn gelangt. Und in dem Moment, wo ich mich hinlege, ist natürlich die Situation eine ganz nahe. Da hebe ich sozusagen die Schwerkraft auf. Kopf und Herz sind auf der gleichen Höhe. Umfolglich, und das war dann eigentlich die Hypothese dieser Wissenschaftler, kommt es zu einem Anstieg des Gehirndrucks. Und das führt, oder kann, zu vielen funktionellen Störungen bis hin zu Krankheiten führen. Ich habe ja das Buch Get It Up gelesen, der beiden Wissenschaftler. Da stehen wirklich unglaubliche Ergebnisse drin. Genau. Also die haben verschiedenste Krankheiten untersucht und auch in die Richtung, was möglicherweise ein erhöhter Gehirndruck mit diesen Krankheiten zu tun hat. Da ist man dann auf Alzheimer gekommen, aber man hat auch chronische Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Störungen und so weiter. Und Tatsache ist, dass eben durch diese Schräglagerung sich die meisten Symptome rasch auch zum Erstaunen vieler Ärzte gebessert haben. Da gibt es ja auch Forschungsergebnisse, die man natürlich immer wieder auch in der Weltraummedizin hernimmt. Das heißt, die schlafen ja ziemlich anders, wie die normalen Leute, sage ich. Und die normalen Leute können halt nicht in den Weltraum fliegen. Was ist da eigentlich herausgekommen? Wie kommt man überhaupt zu solchen Ergebnissen? Ja, das war dann eigentlich genau der Punkt, wo ich mich natürlich gerne daran erinnert habe, dass der Professor Hecht lange Zeit auch in der Weltraumforschung unterwegs war. Er ist auch Weltraummediziner. Er hat einige Sajus-Projekte, also russische Weltraumprojekte begleitet als Schlafmediziner, war also zuständig für den Schlaf der Astronauten. Und wenn man da ein bisschen im Internet googelt, dann sieht man, wie die Astronauten schlafen müssen in der Schwerelosigkeit. Und deshalb ist natürlich die Weltraummedizin sozusagen eine sehr gute Grundlage herauszufinden, was passiert wirklich in der Schwerelosigkeit. Und als ich Professor Hecht von meiner Idee der Schräglage erzählt habe, dann war der natürlich Punkt eins sofort im Bilde, um was es da geht. Und Punkt zwei war er begeistert und sagte, ja, das ist wirklich eine ganz tolle Idee, da müssen wir dranbleiben. Und ich bin dann zu ihm nach Berlin und wir haben dann auch stundenlang über diese Dinge diskutiert. Und seit vier Jahren sind wir mit diesem Schrägschlaf-Konzept eigentlich beschäftigt. Und jetzt sind wir in der Endphase. Das heißt, also da hat sich jetzt sehr viel getan. Und diese Erkenntnisse, wie Sie ansprechen aus der Weltraummedizin, die kann natürlich jetzt, können natürlich jetzt eingesetzt werden und haben damit auch einen sehr guten medizinischen Hintergrund. Werden Sie jetzt mir dann ein schräges Bett bauen oder was? Das wird ja auch das, wir reden immer wieder drüber, das Trio zur Geltung kommen. Das heißt, das Bett gestellt, Schlafsystem, Schlafplatz. Ja gut, also vielleicht vorweg noch was anderes, was mich dann auch sehr erstaunt hat, war die Mitteilung von Professor Hecht, wie sozusagen die Schwerelosigkeit oder die Auswirkungen der Schwerelosigkeit getestet werden. Auch bei Astronauten, die müssen also dann zwischen zwölf und zwanzig Tagen und in Langzeitversuchen bis zu 120 Tagen eigentlich eine umgekehrte Schlafhaltung einnehmen. Das heißt also, der Kopf ist dann niederer als die Füße. Das heißt, mit dem Kopf nach unten schlafen. Dadurch ist natürlich die Schräglage umgekehrt und führt natürlich dann genau zu den Beschwerden, die die US-Wissenschaftler Griezmeier und Singer herausgefunden haben. Und die List ist natürlich lang, aber wie erwähnt, es kommt zu einer Verlagerung des Blutes in den Kopf und in das Gehirn. Das ist das Erste, ist auch von der Logik her nachvollziehbar. Dann das sogenannte Herz-Minuten-Volumen, also die Herzleistung nimmt natürlich in einer solchen Schräglage ab. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und es kommt sehr rasch zu Gleichgewichtsstörungen. Das ist auch etwas, was jeder selber ausprobieren kann und wo manche auch vom Gymnastik- und Turnunterricht kennen. Dann Störungen funktioneller Zustände im Zentralnervensystem werden festgestellt. Also bereits nach zwölf Tagen sind solche Beschwerden aufgetreten. Muskelschwäche, allgemeine Schwäche des Immunsystems, Störungen der Nierenfunktion und viele andere und auch eine Einschränkung der Gedächtnisleistung. Also man sieht, dass diese Lage natürlich sehr schwierig ist und zu vielen Problemen führt. Jetzt haben Sie aber hier wirklich die Beispiele aufgezählt. Ich habe ja die Frage gestellt, also wegen dem Trio, wegen dem Bett-Schlaf-System und alles. Wenn man schräg schlafen soll. Also klar, in dem Moment, wie wir diese Idee weiterverfolgt haben, musste man natürlich auch eine technische Voraussetzung schaffen, damit dieses Schrägschlafen funktioniert. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, haben sich ja mehrere Menschen schon damit beschäftigt, Wissenschaftler, aber auch sozusagen Hobbyforscher. Da gibt es also in England einen gewissen Mr. Fletcher, der also über viele Jahre sich ja mit diesem Schrägschlafen auseinandergesetzt hat. Aber mein Anspruch oder der Anspruch von Professor Hecht und von mir war natürlich gleich ein anderer. Wir wollten den ganzen Körper in Schräglage bringen und wir wollten natürlich das Schlaf-Gesund-Konzept, das bereits vorhanden ist von Samina, vollumfänglich für diese Schräglage nutzen. Das war also die Ausgangssituation. Da sind wir also wieder beim Bett angelangt. Das heißt, wenn wir schräg schlafen wollen, dann brauchen wir ein technisch anderes Bettgestell. Das ist auch wiederum metallfrei, aber es hat einen Mechanismus, wo ich sozusagen die gesamte Liegefläche schräg stellen kann. Und wir haben uns also geeinigt, dass wir verschiedene Schräggrade einstellen können. Und durchschnittlich haben wir die Versuche so aufgegleist, dass also die Menschen bei vier bis fünf Grad Neigung schlafen. Das heißt, der Kopf ist höher als die Hüfte und die Hüfte ist höher als die Füße. Das heißt, eine Gesamtkörperschräglage. Aber Sie haben ja das ausgetestet, das hat man schon ausprobiert, funktioniert wahrscheinlich sehr gut. Professor Hecht hat ja auch so Ergebnisse und Tests gemacht. Das ist bei ihm herausgekommen? Ja gut, also das war natürlich schon auch ein Punkt, dass mein Anspruch ist, die Dinge wissenschaftlich zu hinterlegen. Das heißt, wenn also Ergebnisse erzielt werden, dann müssen die auch reproduzierbar sein. Und eine Sache, die mich ja eigentlich seit Anbeginn beschäftigt und wo ja immer wieder Fragen kommen, ist von Menschen, die schnarchen. Und wenn man sich eben mit dem Schnarchen und mit der Schlafapnoe, das heißt also, wenn der Schnarcher dann auch noch während dem Schlaf Atemaussetzer hat, da haben wir also eigentlich zwei Problemkreise. Das Schnarchen ist natürlich bei weitem nicht so problemlos, wie viele Menschen annehmen, vor allem wie die Schnarcher annehmen. Und das Schnarchen hat natürlich auch etwas mit der Schwerkraft zu tun. Das heißt, also der Verschluss der Atemwege, die Verengung der Atemwege ist natürlich auch über die Schwerkraft bedingt. Und da war natürlich von der Logik her für mich die erste Frage, können wir mit einer Ganzkörperschräglage das Schnarchen beeinflussen und die Schlafapnoe. Und das hat unter anderem der Professor Hecht untersucht. Und er hat mich dann ganz aufgeregt angerufen und hat gesagt, ich muss sie das mehrmals messen, weil ich es kaum glauben kann. Er hat also bei der Schlafapnoe eine sofortige Reduktion von 50 Prozent statt festgestellt. Und das ist natürlich wirklich sehr erfreulich. Also wir sehen da, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Jetzt haben Sie uns ja einige Beispiele schon gebracht und gesagt, wo man das einsetzen könnte. Die Innovation ist jetzt praktisch da. Also man kann an die Umsetzung gehen. Eigentlich wirklich kaum zu glauben. Schräg schlafen, das wird was. Ich glaube, dass das eine der konstruktivsten und wertvollsten Innovationen werden kann in Richtung Schlafverbesserung, aber auch in Richtung Prävention. Weil wir sehen, also wir haben das ja eigentlich schon aus den Berichten von Grissmeier und Singer gesehen, was also schon die Hochstellung des Oberkörpers und des Kopfes bringt. Übrigens machen das ja nach wie vor auch Ärzte empfehlen den Patienten bei Herzproblemen oder Atemproblemen eine Hochlagerung des Oberkörpers. Aber wir haben dann gesehen, dass die komplett Schräglage des Körpers natürlich noch viel mehr Effekte bringt. Und wenn ich also nur einige jetzt herausnehmen darf, das Erste, was sofort auffällt, ist, wenn man schräg schläft, man hat am nächsten Morgen eindeutig mehr Energie, man ist viel vitaler. Das heißt also, die Vitalfunktion wird maßgeblich gesteigert. Dann natürlich bei bestehenden Problemen ist das eine ganz simple Abhilfe. Also Leute, die Sodbrennen haben, Leute, die zum Beispiel diesen Reflux haben, wo sich also die Speiseröhre, also vom Magen in die Speiseröhre nicht vollständig schließt und oft der Mageninhalt hochkommt. Das wird natürlich durch die Schräglage zu 100 Prozent kompensiert. Dann war natürlich auch wichtig zu sehen, wenn ich nur den Oberkörper hochlagere, dann habe ich natürlich orthopädisch ein Problem. Das heißt also, die Wirbelsäule kommt in eine Zwangslage, die Bandscheiben werden eingeklemmt. Man kann sich nicht richtig erholen. Also Leute, die Rückenschmerzen haben, denen ist das gar nicht zu empfehlen. Deshalb haben wir wiederum mit dieser komplett Schräglage auch den orthopädischen Aspekt. Wir haben den bettklimatischen Aspekt, wir haben die Erdung. Alle diese Dinge, die wir schon kennen, können wir natürlich beim Schrägschlafen genauso mit einbringen. Und was sehr interessant ist, wenn man schräg schläft, muss man viel weniger aufs WC in der Nacht. Also Leute, die Probleme haben, auch oft schon beginnende Probleme mit der Prostata, die in Behandlung sind bei den Ärzten. Weil es ist auch immer wichtig, Leute, die in Behandlung bei Ärzten sind, wenn die Veränderungen vornehmen, dass sie mit ihrem Arzt reden. Für genau solche Situationen ist der Arzt des Vertrauens da, dass ich mit ihm das diskutieren kann, dass ich Dinge ausprobieren kann. Es gibt im Grunde genommen keine Kontraindikationen. Da könnte man anführen, oder von der Logik her, klar ist, dass Leute, die jetzt Wasseransammlungen in den Beinen haben, also Ödöme haben, Leute, die Thrombosegefahr haben, für die ist dieses Schrägligen nicht geeignet. Aber das ist eine relativ kleine Gruppe. Vielleicht noch zwei, drei Dinge, die also auch sehr wertvoll sind. Immer mehr Leute haben zum Beispiel Probleme mit verstopften Nasennebenhöhlen. Sobald sie schräg schlafen, es geht vielleicht zehn Tage, sind sie komplett frei. Also es ist eine ganz einfache Maßnahme. Wird vielleicht jetzt nicht bei jedem zu 100 Prozent funktionieren, aber wir sehen, es bringt auf alle Fälle sofort eine Erleichterung. Dann über HRV-Messungen haben wir rasch gesehen, also diese Herzratenvariablenmessungen sind ja heute in der Leistungsdiagnostik und auch bei den Kardiologen immer mehr im Vordergrund. Man misst also sozusagen diese Abstände zwischen zwei Herzschlägen und dann wird das über eine spezielle Software ausgewertet. Und man sieht dann unter anderem einen Zustand des vegetativen Nervensystems. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiges Nervensystem, weil die Verbindung zur Außenwelt eigentlich genau über dieses System stattfindet. Und da sehen wir bei der Schräglage haben wir sehr positive Effekte in Richtung Parasympathikus. Das heißt also, das System wird viel schneller heruntergefahren, man entspannt viel schneller, man ist viel schneller in der Lage, Stresshormone abzubauen. Was den Probanden sofort auffällt, ist, dass sie, wenn sie schräg liegen, viel ein schnelleres Wärmegefühl haben. Also Leute, die immer wieder kalte Füße gehabt haben, haben viel schneller warme Füße. Das betrifft vor allem die Zielgruppe oder die betroffene Gruppe, muss man sagen, mit Blutniederdruck. Das heißt also, diese Leute haben oft kalte Hände und kalte Füße. Dann, was auch sehr interessant war, Jugendliche berichten, dass sie Gesichtspickel verlieren, wenn sie schräg schlafen. Das heißt also, sie hat einen Einfluss auf den Hautstoffwechsel. Und so könnte man also diese Liste da noch weiter fortsetzen. Und ich werde, damit das nicht zu umfangreich wird, da werden wir parallel auf das Gesundheitsschlafen-Portal einen ausführlichen Artikel draufstellen, wo man sich vertiefen kann. Weil das werden sich sicher viele ansehen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wenn man Informationen möchte, man könnte auch in einen der Samina-Shops gehen. Gibt es da auch die Informationen dann? Also da und dort haben wir bereits ein solches Schrägbett in der Ausstellung. Das beginnt jetzt langsam. Also über kurz oder lang werden diese speziellen Schrägbetten, die also unter dem Namen Gravity laufen, also Gravity für Schwerkraft. Und wir wollen also sozusagen die Schwerkraft zum Schlaf wieder zurückholen, weil wir da sehen, dass da doch viele Vorteile sind. Und natürlich Beratung ist immer wichtig, Information und Beratung. Und das Ganze bietet sich natürlich vor allem für Menschen an, die fit bleiben wollen, die ihren Schlaf verbessern wollen. Wir haben auch gesehen, es melden sich jetzt zunehmend Ärzte, die mit Entgiftungen zu tun haben, das heißt also mit der Ausleitung von Schwermetallen. Das ist hoch erstaunlich, wenn man schräg schläft, werden diese Schwermetalle viel schneller ausgeleitet. Also ich behaupte, wir sind ganz am Anfang einer sehr interessanten Geschichte. Dann werde ich mich in die Schräglage bringen. Danke für das interessante Gespräch. Gerne. Tschüss, wie damals. Ou stellen Sie noch mal nä reversed. Beschreibst du da. Putsch und IMIT. Bunker-Bur